Herzlich Willkommen bei D.P.O.R. den Dark Priests of Raven. Der Sieg wartet. Ich bin dir fünf Schritte voraus. Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin da ran und heute spiele ich in einem neuen Modell Rapid Fire. Ich habe mich jetzt das erste Mal für Sven entschieden. Mal schauen, wie das so klappt. Da man in diesem Mod 80% Abklingezeit für Erringerungen hat. Oh. Habe ich mich für ihn entschieden. Und null Mana kosten. Ein Noxia wurde jemals. Na. Musst mich aber nicht immer treffen. Wenn du darauf bestehst. Mal genau das habe ich mir auch gedacht. Und der trifft wieder. Wenn man natürlich gerade vor den Sperren wegläuft, treffen die natürlich immer. Meine Bestimmung ist klar. Wo war ich auch noch hier? Wenn du darauf bestehst. Genau das habe ich mir auch gedacht. Boah, Olaf bleibt einfach mal ganz cool stehen. Keine Ahnung, was das soll. Hm, der trifft wieder. Und schon wieder ein Mana-Trank weg. Viele sind schon nicht mehr übrig. Wer trifft wieder? Wer nicht? Wie offensichtlich. Meine Bestimmung ist klar. Ich bin hier fünf Schritte voraus. Wie offensichtlich. Ihr wurdet getwittelt. Tja. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ich bin hier. 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 So. Da ist die nervige Nidalee erstmal down. Aber ich werde mich jetzt erstmal schnell zurückporten. Obwohl. Die Chance will ich mir ja nach Möglichkeit nicht entgehen lassen. Wenn du darauf bestehst. Die Chance will ich. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ich bin dir fünf Schritte voraus. Oh, warum drehen die beiden jetzt um? Na, den kriegst du wenigstens noch. Hei, Karamba. Hei, hei, hei. Läuft ja gar nicht mal so gut, würde ich mal behaupten. So, endlich. Schlecht. Aber wieder niederleerisch. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Wie offensichtlich. Das ist natürlich cool. Das ohne Mana. Kann ich das eigentlich die ganze Zeit laufen lassen, würde ich mal so behaupten. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. So, ich denke mal, ich werde ihn schön auf Tank spielen. Na, mal schauen, was da rumkommt. Ich bin dir fünf Schritte voraus. Boah, zumindest kann ich's die ganze Zeit anlassen. Ja. 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 So. Ja. 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 kriegen wir jetzt auch so genug getankt hier ein gegner wird zum berserker ja wenn ich ihm helfe schreit er dann wieder ks der gegner hat einen turm zerstört leider ist mir ja schon kommen schon schon so aber dabei gehe ich jetzt auch mit drauf dreifach tötung euer team hat einen turm zerstört wohl dreifach tötung von katharina und schon sind die stats ausgeglichen wie offensichtlich wie offensichtlich so so jetzt versuche ich mich mal zu meinem team zu begeben aber die sind jetzt eher alle doch ja das war aber mal knapp wie kowski die 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 Autsch. Na komm Ziggs. Da kann sich richtig was abräumen. Na gut, hättest du gekonnt. Schön gemacht von Katharina. So. So. Ein Gegner wurde getötet. Schade. Joa, Katharina räumt ab. Drache ist leider nicht mehr da. Oh. Jetzt heißt das auch passend hier. So. 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 Und jetzt wollen wir uns noch Leandras Qual. Und dann sind wir komplett. So. So. gleich wiederkommt was hat so ne was doppeltötung sogar so die haben wir auch erwischt läuft ja recht gut tja es dauert natürlich ein wenig lange mit dem vielen tank hier oh vorsicht ja ja gut das war dann wohl das ganze team denke ich mal naja das verkaufen wir erst mal wieder und dafür holen wir uns sonja was ja 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 Das war's für heute. Junge Junge Eine recht spannende Runde würde ich mal behaupten Tja dann müssen wir leider hinten bei der Türme bleiben Huie Dann stirbst du eben du Spreche fangen zicken Wicks sind einfach genial So Leute So Dreifach Tötung Okay Oh wow Wicks schon wieder da So Oh der hat natürlich voll gesessen Also ich muss jetzt rein Tut mir leid Komm Doppeltätung Nice Katharina Die räumt hier mal richtig auf So 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 Wir sollten aber auf jeden Fall auf den Rest von unserem Team warten So 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 ja wunderbar wie lange haben wir zeit 16 sekunden noch das wird mein team nicht ganz schaffen aber einiges an schaden können wir auf jeden fall anrichten einen oh Was ist das? Na, kriegen wir ihn? Na, aber sicher da hat. Ohoho. Ein Ass? Na. Müssen wir doch mal pushen hier. Ja, das wird nix. Schade. Alle so lowlife. Ne, nicht ganz. Schade. Der Verbündeter wurde getötet. Dammit. Euer Team hat einen Turm zerstört. Skana, versuch's nicht alleine. Schade. So. Das sollte doch jetzt wohl der Wind sein. Jawohl. Schöne Sache. GG. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Aram.